Was letztes Mal geschah Wo sind wir überhaupt? Wo sind wir überhaupt? Ja, wir spielen eine kleine Horrormap und Es ist nicht mal Halloween. Okay, wir wissen nicht wo wir sind und warum wir hier sind. Genau. Okay, ich drücke jetzt auf den Knopf. Er ist kaputt gegangen. Leute, wir sind gerade im November 1987 und heute ist Freitag der 13. Oh fuck! Da ist so ein Kopf, da ist so ein Kopf Scheiß auf der Bergvergabe. Ey, das ist Matzke? Das ist Matzke hinter der Tür. Ey, das ist Matzke. Matzke, guck mal. Oh mein Gott. Hier ist eine Druckplatte, was passiert da? Leute, die Puppen sind hässlich. Wer kauft denn solche Puppen bitte? Die haben von diesem Scheiß Mist gepostet. Oh Gott. Ich mach jetzt mal die Tür hier auf. Achso, wir müssen Buttons suchen. Yo! Was war das? Ich hab mich voll erschrocken. Jeder von uns geht in einen Weg rein. Ich geh rechts. Ich geh in der Mitte. Ey, Matzke geht links lang. Nein! Ich will nicht. Wo seid ihr? Alter Matzke, das ist nur eine Treppe nach oben. Ich seh euch nicht. Matzke, hier. Matzke, hallo. Nein, ich geh da nicht rein. Ich geh da rein. Ich bin wütig. Oh Mann. Okay. Ich hab Angst. Hier kommt euch irgendwas Schwarzes hinter die Tür davor. Oh. Bitte sagen. Bart. Ah. No. Was? Ich hab... Angst. Hilfe. Was? Okay, das war nicht... Ich glaub ich hab auch ne Herzschwäche. Nein, was? Die Teile, die springen einfach. Wow. Yo. Okay. Hör auf, das ist eine Springtür. Mike, ich finde deinen Arsch wunderschön. Heute. Tür hör bitte auf. Yo, hör auf damit. Alter, was ist heute? Die Qualenpartikel, Alter. Alter. Wieso geh ich eigentlich vor? Yo, hört auf. Oh Gott. Leute, wie dunkel das... Ich seh nichts. Okay. Okay. Bitte. Alter. Guck mal. Oh mein Gott. Das ist nicht alt. Yo. Oh Gott. Die haben mich grad alle angekommen. Ich auch. Alter. Das ist Slappy, oder? Das ist Slappy, oder? Oder bist du Bobby? Ja. Die haben keine Arme. Wie kommt hier raus? Da steht hier Shipping Truck 1. Ich mach mit bei der gemütlichen Runde. Ich komm zu dir. Ich... Ich chill mich jetzt einfach mit dazu. Na? Guten Tag. Wie geht's euch Jungs? Leute, da hinten ist ein Goldblock. Wo? Alter, diese Schleu... Alter! Dieses Gesicht! Oh Gott. Ich will nicht. Nein. Alter, wir sind so langsam. Wir sind... Wir haben einfach grad Langsamkeit 4. Ach, das ist ne Uhr. Ah. Leute, ich glaub wir müssen hier zu... Zu diesen... Dem... Oh Gott, da hinten sind sie. Oh Gott, wir werden mich gleich alle angucken. Ich wette drauf. Lauf rein. Slappy Truck 3. Oh Gott, ich hab Angst. Ich hab Angst. Der war ja. Die Gesichter. Oh! Oh no. Was? Oh, ich bin zurück hier. Sei nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Ey, wir waren aber noch gar nicht in dem... Leute, wir sind wieder zurück. Ja sag ich's doch. Das hat er doch gerade gesagt. Wir müssen hier wieder durchlaufen. Nee, hier ist ne Unsichtbare Wand. Wir müssen jetzt hier durch. Hier steht Doktor Hogan Dreads Laboralty. Okay. Okay. Warum wieder ein Labyrinth? Warum? Nein, nein. Das ist ein Labor. Das ist ein Labor. Oh, warum ein Labor? Was ist das? Oh Gott. die maker maschine jack ist in der box nein oh gott da springt irgendwas raus wenn die musik abgelaufen ist springt da was raus guck dich an guck mich an nein da ist ne puppe raus sag ich doch oh gott und der weg ist alter das gesicht wer hat die das ding aktiviert okay da habe ich mich nicht ganz so erschrocken aber ja ich habe mit absicht weggeschaut ist das hier alles verdorben ich habe es eingeguckt okay es ist das bücherregal ich glaube nicht noch leute ich wollte gerade f1 drücken damit mein kreuz da nicht mehr ist und plötzlich kommt dieser zombi da alter war bei euch auch so ein gesicht ja ich nicht mehr drückt einfach f1 damit das kreuz weg ist weil habe ich jetzt auch gemacht war bei euch auch so ein gesicht auf ja ihr hattet kurzzeitig das gesicht okay da ist ein prismarienziegel in dem moment drehe ich mich einfach um wo ich f1 ich habe das ding mitgenommen oh man nimm ihn einfach mal mit ich will ihn nicht ich muss irgendwann mal die dinger sammeln verdecken ich weiß die dinger sammeln ich habe keine ahnung jetzt habe ich ihn weggeschmissen ist er weg lol ich glaube das stand ich glaube da muss man sammeln der stadt nämlich nur dran ich habe ich habe es kaputt gemacht ich weiß es doch nicht mann heike auf zu springen ja da ist man schneller leute guckt mal nach der dunkel korridor des todes könnte man doch nicht rennen weil wir langsamkeit hüpft dann bist du schneller er hat auf zu hüpfen da geht doch die ganze stimmung kaputt wenn wir rumpfen ok dann sneaken wir sind wir doch langsam du mit deinem losgeneider ja fox mich nach vorne ich box euch zurück oh gott da kommt irgendwas ich hole schon mal ein kissen ich schmeiß es da hoch ich wollte euch gleich ein mann denkst du ich oh Gott wir können den fahrstuhl holen wollen wir den fahrstuhl holen oh nein wollen wir nicht oh fuck kommt der jetzt drück nochmal seitan wenn ihr irgendwas seht wartet mal kurz oh alter leute habt ihr gerade leute hinter uns ist gerade ein typ erschienen ganz kurz ihr habt es nicht gesehen nein zu glück wollen wir jetzt ab oder da wollen wir nach oben oder nach unten das erstmal nach unten oder nach oben nach unten ich habe jetzt nach oben gedrückt aber wir sind schon wow du bester alter du brauchst sogar fahrstuhl okay ja guten tag ich bin doch herren und zu welcher tasche waren sie was sag ich was sag ich oh Gott oh Gott schnell kiss ja das ist nicht gut weil da ist so viel aus uns hinter watzke verstecken ja in der enge ich glaube der fahrstuhl steckt geblieben kann jemand den hausmeister rufen warum guckt watzke nach unten weil ich gerade was hiffen vor meinem bildschirm halte na ernst jetzt ja sind wir da ja ich weiß es nicht wollen wir oh Gott wie die lampen flackert das fände ich nicht gut also ich höre irgendwas ich spiel jetzt ohne bild einfach mal es sieht aus wie ich kann es gehen aus dem elevator aus dem elevator aus dem elevator aus dem elevator wir kommen gar nicht runter wir sind schienen toll ey kann man da nicht hochklettern oder so oder hier an der seite ist das nicht eine lineare ne ne ist das hier eine leiter hier wo doch das hier eine leiter oh hier hier oben hier andere seite wo wo alter matzke da gerade andere seite ey jetzt da doch du hau mich nicht runter das das ach nee über die ganzen wanti leiter dann ist ja gut bennett lebst du noch ja ich muss noch mal ganz kurz was checken oh nein ok gut ich dachte eben ich hätte mein aussicht nicht gestartet wo hä wo sind wir jetzt nach hier hier lang hä hier nein hier hallo hier unten Leute hier lang hallo Mike hier unten Mike hier aha was ich weiß nicht woher springen muss ist es grad dunkler geworden äh ich guck hin yo no 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 ne 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 ich guck nicht hin was ist es das war gemein aber Matske du musst schon hingucken sonst ist ja nicht der sinne also muss ich immer vorgehen ich hab schon dieses gesicht ertragen ja Matske sonst ist nicht der sinne der sache komm oh god ich hasse ecken es ist noch schlimmer als äh ttt der server mit dem jungen der mit dem server mit dem jungen achso das ja ja das war immer diese lustige jumps THIS DEERO sag mal ruhig sag mal ruhig hier ist ein klopf oder ne ja die musik hoooohoh progress Leute da der notenblock was ist damit baked dass ist ein teleporter raus Nein, ich glaube hier geht es weiter. Ey, das ist Französisch, das ist behindert. Das ist eine Oper. Das ist Französisch. Book inside. Oh, hier ist ein... Okay, hier ist das Buch, okay? Oh nein. Äh, warte, wo ist denn das? Da. Ähm, das ist... Warte, wie heißt das? Drs Diary. Dr. Hoggendred. November 12, 1987. I am so close to finishing my greatest creation of all time. Was? On the last few moments before it is completed, I have decided to record my legacy so I may go down in history as a man who single-handedly created the greatest doll ever made. It shall be a perfect doll, a perfectionist among failures. It will be constructed of human parts and other dolls. This is my final entry. Okay, er wäre also so eine mega super Puppe machen. Oh Gott, die läuft hier sicher rum. Die ist bestimmt schon rumgelaufen. Was steht hier? Okay, ich glaube... Äh, ich dachte, wir waren schon in diesem Labor. Nee, wir gehen schon zum Labor. Also, ich dachte, wir waren da schon drin. Ich wette, da ist die Puppe drin. Und sicher kriegt ihr uns an. Oh Gott, das wird her. Ich glaube, da ist das Labor. Okay. Okay. Oh, gut. Na, totschendes Polis. Bein, eher, Torch. Jo, er hat die... Er hat die Katze einfach rausgeblasen. Als ob. Warum? Soll ich mir so... Bein, eher, Torch. Kann jemand anders von euch vielleicht mal vorgehen? Nein. Mats Gesamme vorgehen. Halt's Maul. Warum gehst du nicht mal vor? Weil ich nicht total krank im Kopf bin? Ich glaube, wir gehen gerade wieder zurück, oder? Warum man nicht erwartet? Leute, ich glaube, wir gehen gerade wieder zurück. Nein, gehen wir nicht. Hör da die Musik. Oh Mann. Leute, ich will nicht mehr. Okay, gehe ich halt vor. Also, ich erwarte von euch, dass das Video hier eine Million Likes bekommt. Weil wir uns dieses Scheiß hier antun. Wir sind da, glaube ich. Das muss wirklich belohnt werden, wenn dann. Alter, hier wird gleich irgendwas erscheinen. Oh Gott. Oh Gott, was ist das? Wow, 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 wow. Das ist die Kuppe, oder? Hallo. Was ist das? Guck das nicht an. Und was ist... Alter, das Gesicht. Hier sehen ich ein bisschen missgeboten ab. Und, 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 und was ist das... Was ist das Grüne hier? Und was ist das Rot... Leute, seht ihr das hier? Power, Drain, Fuse kommen da raus. Mike, siehst du das? Nein, nein! Das hier ist die ultimative Puppe, wie es aussieht. Wo hast du draufgedrückt, Mike? Oh nein. Was machst du da, Mike? Leute, guck dir das Kabel hier an. Ich sehe mir das Kabel an. Ihr könnt weiter erforschen. Was macht er? Ey, hier ist ein anderer. Power, Drain, Fuse. Muss man die richtige Reihenfolge irgendwie einhalten, oder sowas? Warte, lass mal. Warte. Warte. Hä, Power, Drain, Fuse. Was heißt das? Energie? Power ist Stärke. Drain, Fuse habe ich keine Ahnung. Ich versuch... Verhält irgendjemand die Puppe hinter uns im Auge? Nein. Die machen nichts. Ich gehe einfach mal weiter, okay? Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht kommen wir ja wieder her. Ich würde sagen, Matske, bleib hier drin und beobachte ihn. Wer denn das Ding verfolgt uns gleich? Oh man. Ich... Aber die Musik ist übrigens wieder weg. Ich füge immer nur Musik ein, wenn keine da ist. Oh Gott. Was ist das für ein Boden? Ist das Quarz? Oh, das sieht ja auch recht nett aus. Das Badezimmer. Warum werden wir immer teleportiert? Ich habe so ein Herz gebrochen im Boden. Seid mal ruhig. ein Spezimen, bevor es zu einem Puppen wird. Es ist so kürzlich. Oh Gott, was war das? Oh Gott. Was ist passiert zu mir? Warum werden wir doch teleportiert? Wir werden doch gleich teleportiert. Oh, guck mal, was hier liegt. Habt ihr gerade nicht die Puppen gesehen? Natürlich. Doch, ich habe sie gesehen. Weil wir teleportiert wurden. Schöch, 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 schöch. Don't hurt me. Warum kallst du mich Doktor? Nein. Könnte es sein? Ich kann es sein. Ich war es nicht. Alter, scheiß. Oh, shit. Was? Ich bin der Dollmaker. Was ist schon? Das war es. Das war es. Das war es, okay. Ich glaube, ich weiß nicht. Wir haben es überlegt. Und jetzt können wir aufbauen. Was ist das? Was ist das wirklich? Weiß ich nicht. Oh Gott. Gott. Nein. Die Musik geht wieder los. Ich lege die Credits. Ich lege irgendwie. Ich sehe nur schwarz. Ich sehe auch nur schwarz. Bitte sag mir nicht. Nein. Ich veröffentliche. Ich lege die Fabrik. Oh! Sorry about that. Das war der letzte Jumpscare. You'll see. Or is that what I want you to think? Leute, wo seid ihr? Ich lade gerade auf dieses Bild von der Rose. Ja. Danke für meine Mathe. Ich hoffe, dass ihr es Spaß macht. Guck mal, der putzt sich nicht mal die Zähne. Digga, ich werde dieses Ding sofort wieder deinstallieren. Das ist aber echt ne coole Map, oder? Nein, fand ich auch gut. Sie hat mir irgendwie zu schnell geendet. Ja, komm, weißt du, was der da für Mühe reingesteckt hat? Ja, schon. Könnt ihr ja mal sagen in den Kommentaren, wie euch die Map gefallen hat. Oh, was ist das? Ach, das ist dein Kopf. Und wenn wir noch mal solche Maps spielen wollen, dann... Nein, glauben wir nicht. Ach, drückt mal auf 1, dann seht ihr... Dann seht ihr, wenn ihr da draufklickt, dann seht ihr die ganzen Dings. Also, macht das F1 wieder weg, dann seht ihr halt die ganzen Dings. Ja, ja, ich war die ganze Zeit aus dem F1. Achso, ich war... Ich geh jetzt mal in den Gamebot und... Fuck, ich will sie mir noch mal von außen angucken, die Map. Ich will sie mir noch mal von außen angucken, die Map. Oh, guckt euch das mal an, wie gut der dafür gearbeitet hat. Fliegen wir mal nach draußen, oder? Ja, mach ich gerade. Leute, wir sind überall in der Luft. Äh, Alter. Ah, hier, da sind die Rosenblöcke. Alter, schaut euch das mal an. Wie kann ich fliegen, Leute? Gamebot 1. War hinter die ganzen Comment-Blöcke, die aber dafür benötigt hat. Richtig krass. Wie weit wir einfach über... Das ist ein Schneemann. Schneemann, nicht Schneemann. Das ist ein Schneemann. Warum ist der Schneemann? Keine Ahnung. Er hat ein schönes Gesicht. Er hat ein schönes Gesicht. Ah, ich kann... Ähm. Okay, ich würde sagen, das war die Map. Wollen wir jetzt hier noch in die Luft sprechen? Nein. Ich bin wieder am Start. Oh Gott, ich will hier raus. Ach, das ist der Start. Okay. Matske hat das Spiel verlassen. Okay, Leute. Da würde ich sagen, das war's bei dieser wundervollen Gruse-Map, die nicht zu Halloween kam, sondern Mitte des Jahres. Ist es Juli oder Juli? Ja, Halloween. Naja, auf jeden Fall. Ich würde mir auf jeden Fall eine 2 geben. War halt sehr gut. Hör auf damit, mich die ganze Zeit hinzudecken. Ey, ich war alles nicht. Aber war halt noch nicht so lang. Und vielleicht ein paar mehr Jumpscares, dann... Alter. Mike. Ach gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschau. Mike. Mann. 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 Mann.